Was soll das heißen? Du kannst den Entwurf nicht verwenden! Lass es mich einfach frei heraus sagen, Lucius. Deine Entwürfe sind leider ein bisschen zu überholt. Überholt? Solche Badehäuser haben wir das letzte Mal vor 100 Jahren gebaut. Sie sind überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Aber deshalb habe ich die alte Architektur doch aufgegriffen. Wir ersticken im Fortschritt und denken die ganze Zeit nur an die Zukunft. Die Leute sehen sich nach einem Stückchen Vergangenheit, an das sie sich klammern können. Verstehst du das? Das ist deine Meinung, Lucius. Aber ehrlich gesagt, wollen die Leute Fortschritt sehen. Sieh dich doch um! Seit Kaiser Hadrian gieren die Menschen nach neuartigen Gebäuden und interessanterer Architektur. Der Kaiser selbst ist sogar so ein begabter Architekt, dass er allein die Akropolis wieder aufgebaut hat. Und wenn du nicht untergehen willst, dann verschwende deine Zeit nicht mit dem Zeichnen von mittelklassigen Kopien. Mittelklassige Kopien? Ich habe bei dem besten Architekten Athens gelernt und jeden Baustil bis ins kleinste Detail studiert. Und du bezeichnest meine Entwürfe als mittelklassig? So meinte ich das doch gar nicht. Aber ich kann deine Entwürfe einfach nicht verwenden. Sie sind zu altmodisch. Na schön! Aber komm nachher bloß nicht angekrochen!